Yo Leute, herzlich willkommen bei GTA 5, mal was Neues, was Neues oder nicht, macht ja zur Zeit jeder, aber wir haben es natürlich auch angespielt und ich muss sagen, ich werde euch in diesem Video sagen, meine Meinung über GTA 5 bisher, für den Computer natürlich, hat vieles Positives meiner Meinung nach, vieles Negatives, okay, fahr einfach um, die Bots fahren manchmal wie, die hast du nicht gesehen, schlimmer als hier wo ich wohne, und das sagt schon einiges und ja, wir fangen mal grob an, es ist vorportalen GTA 5 erschienen, ich habe nicht sofort von Anfang an ein Video rausgebracht, ich wollte das erstmal anspielen, ich habe mich sehr, 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 sehr auf GTA 5 gefreut, ob ich enttäuscht bin oder nicht, werdet ihr in dem Video erfahren, gefreut, ja, ist eine Sache, natürlich war GTA schon lange vorher für die Konsole draußen, ist jetzt für PC endlich erschienen, ich glaube nach 6, 7, 8, ich glaube nach 8 Monaten, ne, oder? Doch, 6, 7 Monaten später und ich muss sagen, ich habe mich echt lange drauf gefreut, dann wurde es öfter und öfter verschoben und dann habe ich gesagt, hm, ja, muss nicht unbedingt sein, also, wenn die das verschienen, dann habe ich das als nicht so gut eingeschätzt, inzwischen einige Spielstunden, also wir haben mit der Community, wenn man hier guckt, falls ihr Bock habt, mit uns zu spielen, haben wir eine Crew aufgemacht, wir haben jetzt, wie viel, meine Freunde, 32, ähm, ne, das hier wollte ich mir zeigen, Mukka Army, joint einfach Mukka Army, könnt ihr mit uns spielen, wird auch, denke ich mal, ein aktives Streamgame sein, weil das kann man extrem geil mit ganz vielen Leuten zusammenspielen, ähm, wir haben es jetzt einige Stunden gesuchtet und ich muss sagen, es gefällt mir tatsächlich, erstmal möchte ich ein großes Lob, hallo, was ist denn hier los, also, wir sind in einem Haus, deswegen, eine blöde Map, wir gehen eben nochmal raus, erstmal möchte ich ein großes Lob an Rocks aussprechen, denn ich glaube, das ist eins der seltenen Games, wo die Server von Anfang an ging, einige hatten zwar Download-Probleme, aber bei mir ging es von Anfang an und wenn man jetzt das mit H1, Z1, mit der Standalone oder mit den anderen Spielen vergleiche, die in letzter Zeit rausgekommen sind, die Server haben echt gut funktioniert und funktionieren immer noch, so sieht die Online-Map aus, hier gibt es ganz viele kleine Minigames, also man spielt sozusagen ein Free-for-All, was heißt Free-for-All, ein Open-World kann man spielen, über die Crews einladen, das machen wir, man kann, was haben wir hier, wir haben andere Spieler, jetzt haben wir noch einen anderen Spieler bei uns drin, wir machen immer normalerweise Crew-Game-Own, nee, das heißt, alle aus der Crew können einfach nachjoinen, ohne anzufragen, dann haben wir hier blaue kleine Minigames, sag ich mal, da sind Auto-Rennen bei, da sind Helikopter bei, meine Lieblingsspiele sind diese Koffer-Games, vor allem eins auch dieses Koffer-Game, als auch genau auf der anderen Seite, da gab es eins mit LKWs, das macht mega, mega Bock, die kennt man, glaube ich, auch aus der Play, sie aus der, oder aus der Xbox, ich habe es nie gespielt, ah, da sind andere Spiele, die liefern sich dann ein Battle, ich habe auf der Play, sie das nie gespielt, ich habe kein Konsolen-Game, umso mehr habe ich mich einfach gefreut, um auch mit anderen Leuten das zusammenspielen zu können, allerdings gibt es auf der PC-Version einige Sachen, die es auf der Play, sie oder Xbox-Version nicht gibt, ähm, als allererstes ist, was auch sehr stark gehypt worden ist, ist dieser First-Person-Modus, heißt also, es gibt, man kann GTA jetzt First-Person-Only spielen, was ich davon halten soll, ich weiß nicht, ich finde es nicht gut, ehrlich gesagt, also ich bin kein First-Person-Only-Fan, vor allem nicht bei so einem Spiel, weil wenn ihr, wir haben also auf einem hügeligen, oder bei dem, ja, auf einem hügeligen Gebiet ein bisschen First-Person gegeneinander gespielt, es war die Hölle, also man kann nichts erkennen, aber vielen Leuten gefällt das Fahren in First-Person, vielen Leuten gefällt das, es gibt auch zum Beispiel Maps, ich muss mal eben, ah, wir sind wieder drin, es gibt Last-Standing-Maps, also so ein Minigame, da spielt man Last-Standing, jeder hat ein Leben und, ähm, ne, der am Ende überlebt, der gewinnt, ähm, das hat natürlich super Bock gemacht, das hat super Bock gemacht in First-Person, aber das ist halt immer so eine, ja, also man kann nicht alles in First-Person spielen, würde ich auch nicht jedem empfehlen, jetzt suchen wir mal hier eben die Hüte, mal gucken, wollen wir hier, Outfits wollen wir nicht ansehen, wir wollen die Hüte ansehen, ich glaube, die gab's hier, oder? Oder gab's die hier? Hüte, jawoll, und zwar, wir haben versucht, unseren Charakter so hässlich wie möglich zu machen, wo haben wir denn, wir möchten, ich möchte meinen Lieblingshüt, der zieht ihn leider öfters mal aus, hier die schöne Fliegerkappe, man, der sieht doch cool aus, oder? Der sieht doch fresh aus, hier sogar mit Mokka-Logo, Tattoo und alle möglichen haben wir auch auf dem Auto, wer das eben gesehen hat, ich glaube, die T-Shirts könnten das auch, müssen wir mal gucken, haben wir irgendwo Hemden, Oberteile, äh, nehmen wir mal T-Shirts, Moment, T-Shirts, geht das eigentlich? Irgendwie muss das gehen, Crew-T-Shirt, hallo, haben wir das von der anderen Seite, Crew-T-Embleme, ne, Polohemden, ne, 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 irgendwo muss man auch, ich weiß gar nicht wo, Team-Oberteile vielleicht, naja, egal, lassen wir mal das hier, sieht ein bisschen serious aus, haben uns Patates stechen lassen für über 100.000 Money, man fängt, also da wir alle Vorbesteller eigentlich waren, haben wir mit ordentlich Geld angefangen, haben uns hier so ein Auto zugelegt, ähm, für den Anfang ganz gut, ein, äh, Turismo ist das, fährt sich ordentlich, ist auch nicht so OP der Bahn, da haben wir nebenbei, sondern kleinen Mucki, wie ihr seht an der Seitentür, bisschen zerkratzt das Auto, aber mir gefällt das Spiel, also ich muss sagen, mir gefällt das, es gibt einige Sachen, ich hab mich natürlich nur auf den, äh, Multiplayer-Modus gefreut, auf den Online-Modus, einige Sachen, die, die sind einfach super gemacht, die sind super gemacht, also diese Teamspieler mit der Crew, das, die Einladung, alles funktioniert, macht mega, mega viel Spaß, was allerdings weniger funktioniert ist, wenn man eine Crew-Lobby erstellt, man spielt, sag ich mal, mit 16 Leuten aus der Crew zusammen, bedeutet also, auf der Map können 16 Leute zusammen spielen, aus seiner Crew, die joinen einfach nach, dann gehen wir auf ein Minigame, sagen wir hier, Autorennen, ähm, fangen an, das zu spielen, was passiert, es funktioniert, Einladung kommt, wir spielen, wir gewinnen, dann wählt man am Ende, kann man auswählen, ob man in freien Modus geht, irgendeine andere Minimap spielt, oder wieder, ja, oder halt in freien Modus, ne, also wiederholt, erst mal wiederholen, nicht freien Modus, aber ob man halt wieder in diesen freien Modus geht, in dem wir sind, ähm, ja, man klickt auf freien Modus, und es ist zu 90% so, dass irgendjemand nicht nachconnecten kann, heißt also, er muss, er muss wieder in den Online-Modus gehen und immer wieder connecten, 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 und das Spiel hat doch einige Ladezeiten, das Spiel hat doch einige Ladezeiten, ähm, das ist Manke Nummer 1, Manke Nummer 2, meiner Meinung nach, ich sag erstmal die schlechten Sachen, Manke Nummer 2 ist definitiv, dass, oh, wir können hier was einbauen, was bauen wir denn, Lackierung, Dach, Spoiler, ja, was hat man für's Dach, Lackiertes Dach, ne, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, Federung können wir mal, nehmen wir mal ein bisschen tiefer legen, ähm, zweites Monko ist die Steuerung, ich muss sagen, ich bin ein PC-Gamer, das heißt also, ich spiele öfters mal mit einem Controller, Spiele wie zum Beispiel Binding of Isaac, aber GTA habe ich noch nie mit Controller gespielt, weil ich ja, wie gesagt, keine Konsole hatte, und ich muss sagen, ich bevorzuge definitiv Tastatur und Maus, ähm, allerdings ist es unmöglich, ich muss es hier nochmal betonen, es ist unmöglich, mit der Tastatur und Maus zu fliegen, weder mit einem Helikopter, noch mit einem Flugzeug, es ist einfach unmachbar, wenn ihr fliegen wollt, Dom, wir müssen nicht telefonieren, wenn ihr fliegen wollt, dann, bitte, gönnt euch einen Controller, es ist unmöglich für euch, ihr werdet jedes Game verlieren eigentlich, wenn ihr fliegen müsst, ähm, sonst, ja, sonst ist die PC-Version eigentlich mit, noch einem sehr, sehr, sehr tollen Feature, äh, oder wurde die mitgeliefert, und zwar ist es Bankcase, Bankcase gibt es bei dem lieben Lester, den haben wir jetzt nicht, den können wir anrufen, ist so ein kleiner alter Sack, vielleicht kennt ihr den aus dem Singleplayer, ich habe leider Singleplayer nie gespielt, habe ich auch nicht vor, brauchen wir Lester, ach, hier muss Lester sein, da ist Lester, okay, hat sogar nicht mal das Bild drin von sich, ist ein alter Opa mit Krückstock, ähm, er bietet Bankcase-Missionen an, Bankcase-Missionen sind über, 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 übertrieben geile Missionen, die super viel Spaß machen und auch ordentlich Cash geben, aber auch extrem schwer sind, also mit Randoms weiß ich nicht, ob man die so schaffen kann, wir haben die jetzt, äh, einige davon gemacht, wir haben die als Team gemacht, ihr müsst euch vorstellen, ähm, vielleicht habe ich ja noch eine Aufnahme, dann kann ich mal hier ein paar Bilder zeigen, ihr müsst euch vorstellen, Bankcase-Missionen macht ihr immer mit vier Mann, das bedeutet, ihr müsst euch, ihr müsst einfach strategisch vorgehen, in einer Bankcase-Mission, zum Beispiel, oh, da klappt einer, gerade ein Cabrio-Dach aus, also ordentlich schlecht, ähm, die letzte Mission zum Beispiel, die wir gemacht haben, wir sind in einer, in ein Gefängnis eingebrochen, mussten einen Insassen rausholen, ähm, das heißt also, zwei Leute haben, einer hat sich eingeschleust als, äh, Wärter, der andere hat sich eingeschleust, ja, wir machen ein Foto, oder macht die ein Selfie? Oh, der macht die an, also, ähm, der hat sich eingeschleust als Gefangener und als Wärter, zwei Leute, der andere, der muss ein Flugzeug organisieren, der andere, der muss, ähm, sich in einen Flughafen, ähm, von der Militärbase dort einschleusen, und, 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 das heißt, es ist richtig taktisch gemacht und alles muss zeitgleich gehen, damit ihr zeitgleich alle entkommen könnt, und es ist nicht so einfach, wie ihr denkt, also ich kann mal hier ein, zwei Videos reinschnipseln vielleicht, es ist unfassbar, es ist unfassbar schwer. Wir spielen zur Zeit, ja, sehr, sehr, sehr viele vom Teams, die spielen immer zusammen auf unserem TS, ts.muka.de, spielt mit uns oder am Livestream, ähm, ich kann es definitiv jedem empfehlen, ist natürlich sehr teuer, aber, worauf ich mich noch am meisten freue, was noch gar nicht so wirklich da ist, das wären, seien entweder die modded Server oder halt die selbst erstellten Community mit, weil diese Minigames, die ihr hier seht, das müsst ihr euch vorstellen, was haben wir hier, wir haben hier z.B. Team Deathmatch, oder Deathmatch, ich weiß gar nicht, was das ist, das ist Team Deathmatch, ähm, geht 6 bis 30 Spiele, heißt also perfekt, kann streamen mit 30 Leuten aus der Crew, ganz schnell einladen, zusammenspielen, zwei Teams, also 15 gegen 15, auf den Abgang 1, das heißt, ihr müsst kein Level steigen, äh, Wertungen gibt's natürlich immer, die Leute bewerten das, aber auf die darf man nicht achten, weil ich finde, es gibt 40% gewertete Spiele, die ich mega geil finde, ähm, und ja, super, super geil, und diese Minigames kann man dann später, oder kann man jetzt, glaube ich, schon selber erstellen, heißt also, ihr könnt eure eigenen Missionen erstellen, die dann hochklaren, die werden von anderen Spielern gespielt, bewertet, und, 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 und da freue ich mich mega drauf, das kann man sich vorstellen, wie mit Minecraft, mit diesen ganzen Endergame-Mods, oder z.B. mit Warcraft 3, The Frozen Tromani, das können wir mit den ganzen Tower Defense Maps, und sowas, eine schliche Sache ist mir noch eingefallen, und zwar gibt es ein Leveling-System, Leveling-System ist, ähm, ganz einfach, Moment, wo gucken wir das am besten nach, wir gucken das mal unter dem Social Media Club, ihr könnt leveln, dadurch, durch das Level könnt ihr euch neue Sachen kaufen, neue Waffen, neue, also ihr müsst die Waffen erst mal freischalten, durch Level, oder halt Autos, oder, Gebäude, oder, oder, oder Sachen, oder z.B. Tuning-Sachen für Autos, ähm, die seht ihr hier bei Social, wir können ja mal bei der Crew gucken, was haben wir bei der Crew, 60 Mitglieder, okay, sehe ich nicht, dann gucken wir bei meinem, nee, hier, Crew-Mitglieder, da kann man jetzt z.B. die Level sehen, ähm, wir sind jetzt, glaube ich, Level 25 gewesen, Banner Gaming ist jetzt z.B. Level, steht da nicht, ist aber über Level 240, schade, man, da sieht man nicht, da sieht man nicht, ähm, sehe ich das vielleicht unter Freunde, wir schauen mal bei Freunde vorbei, gucken wir mal, Ingame-Freunde, da müsste das doch stehen, Freundesliste anschauen, genau, da haben wir, wir haben Real-Time 245, wir haben hier Level 5, Level 249, ihr seht, der Level-Unterschied ist enorm, wir sind selber, glaube ich, Level 26, 25, 26, ich sehe das gar nicht jetzt, ähm, die Sache finde ich auch extrem schlecht gemacht, ähm, man konnte sich die Playstation 3 und Xbox Level, beziehungsweise ihre Accounts, auf den PC rüber transferieren lassen, das heißt also, die Leute, die vorher ein Xbox oder Playstation Account hatten, oder haben, äh, die können sich einfach bei Social Media damit anmelden, und haben dann alle ihre Fahrzeuge, all ihr Geld, alles, was sie damals auf Playsy gesammelt haben, hier, ist natürlich für die, von, oder von, ja, wenn ich, wenn ich aus deren Sicht sehe, ist es natürlich gerecht, aus den Spielen, oder aus der Sicht von den PC-Spielern, finde ich das ungerecht, weil die haben einfach jetzt alle Autos, die haben alle Waffen, die haben einfach einen großen Vorteil, die haben alles aufgetunt, und, ähm, ja, ich finde es ein bisschen ungerecht, und ich finde das auch, das versaut ein bisschen Spiel, weil es hätte echt so ein kleines Suchtpotenzial, werden können, wer zuerst Level 200 oder 100 wird, Beispiel, ne, aber, das ist nur eine kleine Sache, ähm, sonst finde ich alles an, wieder am Spiel, super, ist schon noch ein bisschen teuer, vielleicht solltet ihr noch ein bisschen warten, wenn nicht so viel Geld zur Verfügung hat, ähm, bis die Community Maps rauskommen, aber online mäßig auf jeden Fall top, offline kann ich leider nichts zu sagen, ähm, trotzdem empfehlenswert, also, ich hab, man muss den Prolog spielen, der Prolog alleine war schon mega cool, und GTA ist so dafür bekannt, dass die Missions einfach unnormal gut sind, eine Sache ist mir noch eingefallen, ähm, Autos, ich kann es mal demonstrieren, wir haben jetzt hier ein Auto, absolut nicht getunt, wir fahren jetzt mit vollem Kracho gegen ein anderes Auto, ihr seht, es passiert fast nichts, wir haben nur ein, zwei Kratzer, es ist unmöglich, Autos kaputt zu bekommen, es ist unmöglich, Autos kaputt zu bekommen, einfach, also, es ist schon möglich mit Raketenwerfen, aber so, man kann, man kann überall gegenfahren, es passiert einfach nichts, die Kratzer sind minimal, finde ich ein bisschen schade, ich meine, GTA 3, war ich das letzte, was ich gespielt habe, da war es so, da fährst du dreimal gegen eine Wand und das Auto explodiert, genauso, kann ich mal versuchen, das Auto zu flippen, ist natürlich Ansichtssache, die einen sagen, yo, das muss sein, vor allem, die, sag ich mal, einen Fahrstil an den Tag legen, wie zum Beispiel, ich oder Perry, die gerne einfach hingehen und das Auto flippen, ich teste mal, haben wir nicht geschafft, haben wir nicht geschafft, das Spiel hat einen automatischen Anti-Flippungs, ja, Script laufen, das bedeutet also, sobald ihr geflippt seid, müsst ihr einmal nur A oder W drücken und ihr, ach komm schon, er möchte nicht, er möchte nicht, er möchte nicht flippen, er entflippt einfach und das finde ich ein bisschen schade, das finde ich ein bisschen schade, weil es wäre natürlich echt cool gewesen, dass, wenn man einmal Auto flippt, dass es dann entweder geflippt ist, dass man sich selber sorgen muss, wie man das entflippt, naja, okay, kann ich jetzt hier spontan nicht beweisen, normalerweise bin ich extrem gut, da den Autos zu flippen, bei dem Spiel, die Leute, die mit mir spielen, die wissen das, ist auch normalerweise eigentlich super einfach, aber ihr seht, wir fahren die Ball gegen, es passiert nichts, das Auto, natürlich verliert das ein bisschen an Optik, aber ich weiß nicht, ich glaube, es ist unmöglich, diese Autos kaputt zu machen, okay, flippen unmöglich für mich gerade, ich bin gerade nicht in der Flip-Laune, das kommt immer spontan, kennt ihr das, wenn man es haben will, dann kommt es nie und wenn man es nicht haben will, dann muss es nacheinander und nacheinander und immer wieder kommen, oh, jetzt haben wir es, jetzt haben wir es, oder? ne, auch nicht, da haben wir ein bisschen Pülle verloren, aber trotzdem leben wir noch, also leider, für alle, die es haben, Giant Muka Army spielt mit uns, für alle, die es nicht haben, ich kann es empfehlen, ich habe Spaß an dem Spiel, ist teuer, ist teuer, sonst wartet noch ein bisschen, wenn ihr nicht so viel Geld habt, aber wir werden auf jeden Fall öfter hiervon auch, auf unserem Channel zeigen, das war jetzt so ein kleines, ja, mein Meinungsvideo, die anderen Sachen, die ich jetzt nicht gesagt habe, da haben wir es geflippt und jetzt können wir das mal zeigen, wie das funktioniert, mit dem Anti-Flippungsteil, zack, einfach drücken und wir drehen uns und wir haben uns einfach gedreht, sieht aber ganz cool aus, so eine Verkleidung hinten, mit einem offenen Motor, Leute, das war es für uns, haut rein, bis zum nächsten Mal, nächstes Mal werden wir gucken, wir werden Minigames, also sind super lustige Sachen passiert, wir werden Minigames, wir werden vielleicht eigene Community Maps zusammenbauen, Story Modus werde ich definitiv nicht spielen, ich bin absolut kein Single Player, außer vielleicht die Bankcase, die werden wir zeigen, aber die dauern auch extrem lange, wir saßen an dem letzten Bankcase, ich glaube, zwei, drei Stunden, wir spielen das immer auf Superschwer, da bekommen wir natürlich ein bisschen mehr EP, also Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal, gönnt euch!